Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Minecraft BedWash mit dem Dallon. Hi. Na, wie geht's dir heute? Ja, ganz gut und selbst. Ja, auch, ne? Ja, läuft's auch, ne? Und der Chris hat einen kleinen Knallrestart gemacht, ne? Ja, das habe ich, tatsächlich. Mhm. Aber das hat ja jetzt nicht geheißen, dass jetzt unbedingt aktiver Videos kommen oder so, aber okay, habe ich gesagt. Ja, gut. Aber jetzt sind es ja Ferien, da kann ich wieder aktiver Videos machen und alle sind fröhlich und yay. Alle haben ihren Spaß. Ja, oder? Warum kommen jetzt die ganzen Gegner schon in die Mitte? Das habe ich ja angeschrieben. Ähm, ja und ich bin ab, ich weiß nicht, wie es wieder kommt. Das kenne ich dir auch nicht. Oh nein, 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 nein. Kommst du bitte in die Mitte und rettest mich? Das wäre sehr nett. Das hast du gerade nicht gesehen, okay? Äh, bist du runtergesprungen oder was? Mhm. Ist das dein Ernst? Ja. Ich laufe hier weg mit den Golf die ganze Zeit. Ich dachte, bis hier der Bedwurst-Profi, du musst es alleine können. Ja, ne, aber nicht, wenn hier zehn Menschen sind, die alle mich hauen. Jetzt noch? Ich komm. Neuro bauen. Ah, okay. Ich habe mich gerettet anscheinend. Oh, ey. So, das war jetzt mein Bedwurst-Gel. Äh, da kommen Pfeile. Woah. Ja, schon da kommen Pfeile, ey. Das war's-Gel. Das war's-Gel. Das war's-Gel. Okay. Das kann ich mir, das ganze Glück nochmal neu machen. Ja, okay. Achso, ja, wo war ich? Ähm. Das Video, äh, komm wahrscheinlich jetzt ab. Mit dem Urlaub. Dann bin ich ab Freitag im Urlaub. Und sie putzt sich jetzt ein bisschen vor. Und gleich mit dem Chris. Der ist so nett. Ja, ausnahmsweise, ne? Du weißt ja, kommst jetzt extra. Ja. Ferienbonus, ne? Jetzt, jetzt verpisst dich, man. Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig, hier. Ganz ruhig. Jetzt ist es noch jederzeit machen. Ich kann gleichzeitig mir mal eine Spitzhacke mitnehmen. Das wäre glaube ich, dass ich. Und dann Wacken wir eben wissen, ne? Da bin ich auch für eigentlich. Oh, jetzt aber, was? Jetzt Part in der Mitte? Äh. Jetzt warten wir, bis es Ende geklappt hat. Ja, doch da jetzt schon, ne? Ja, oder jetzt einfach. Gut, oder? Oh! Wenn jetzt gestorben wäre, ne? Was auf? Kannst du mir bitte helfen? Würde ich Ihnen sagen, hier. Das war's-Gel. Ja. Ähm. Okay. Lass den durchlaufen, lass den durchlaufen. Ja, aber nicht zu uns. Ja, genau. Deswegen ist er nett. Okay, der Kollege hat da einen Boom, das heißt. Hier kommt noch ein Blauer zu uns. Okay. Haben? Ähm, ein bisschen Gold brauchen wir. Ja, ich hab zwei Stück. Ich hab jetzt vier. Ja. Gut. Ich kauf dir was Schönes davon. Ja. Oh, ich warte noch. Und hinter dir. Ja, hinter mir. Oh, der wollte dich runterschlagen. Ja, ich hab's gesehen. So, dann geb ich's noch ein bisschen in die Mitte und du kannst jetzt erstmal shoppen gehen, oder? Alles klar. Geh shoppen. Wobei, warte noch auf Neuengolte, kannst du dir gleich ein Schwert holen, oder? Der kommt wieder, der kommt wieder. Jo. Ja. Wie da rüber sind? Hast du den laufen? Na, ne. Wenn du da rüber gehen wolltest, dann würden wir den da rüber lassen, aber so. Geh doch. Jetzt nimm deinen Fiat. Ja, komm. Jetzt lauf. Danke. Das fack ich bei manchen Leuten auch ab, wenn du zu anderen Leuten rüberlaufen willst, was zu deren Vorteil ist, die dich dann runterschießen. Oh, ja. Oh, ja. Das ist unentschließend, was es gibt. Das hilft dir, das hilft denen. Richtig. Wir hätten haben keinen Grund, den da runterzuschießen. So, jetzt geht's mal shoppen. So, rot und grün haben beide Bogen. Sport nicht auch in der Base? Gold? Nö. Sicher? Nö. Glaube nicht. Leute nicht. Kiss auch schon der blaue wieder. Was ist das denn für ein Typ? Brauchst du ein besseres Schwert? Höchstens ein Eisenschwert, aber das kann ich ja auch gleich Session. Ich kann jetzt mitbringen, das ist... Das könnte das ist zu machen einfach mal. Das Prinzip kommt blau. Jop. Oh Gott, der hat gerade eine Komorauswüller, hätte mich immer geschmissen. Okay, hier komm, hier komm, hier komm, hier dann scher. Und hier eine Blume. Ich hatte da alles nicht wert. Hinten, 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 hinten. dass man es vielleicht erst die Blauen mal holen die immer so fröhlicher werden er hat er will wenn wir uns in der Zubehaufen er will jetzt abhauen dann kommen die nicht garantiert zu uns er passt auf der Seite ein Gründer unternehmen aber das ist Gründer wir sind in die Farbe mit es ist ein Bogen müssen wir jetzt Kassina aus ich habe ihn der es hat der Blauen passiert auf Okay ich bin fast dauernd ich habe wieder Gold, du kannst vielleicht ein Schwert machen, wenn du magst ich habe schon ein Schwert so schnell war ich ach so ein Leidensschwert ein Blauer Computer was I'm fast fast in the future oh sorry er war schon tot na gut wir können uns jetzt blau holen was sollst du denn davon okay lol Hä? okay der hat ein bisschen gelackt nur war wirklich nur ein bisschen easy easy hex dieser Leifer oh fuck der hat ein Knockback 6 nein nein shit nein grün kommt ah fuck das endet böse nein Rot ist auch da der Rot hilft mir okay nein hat er gefallen gestoppt okay Gold wiederholen irgendwie wir haben natürlich nichts gesetzt oder Prozent der Kiste ist noch Prozent und zwar heißen ich bin Ingeniemann ich bin eh schon was untergefallen ich bin ich untergefallen keine Ahnung wie ausreden ja mein Gott ab 10 ähm Schwert jetzt den grünen einmal entfernen okay na nisch komm her gut okay ich hab gerade wieder die Mitte aber eben ohne Bogen ähm ja ich komm da kommt was glaube ich wenn ich es richtig sehen nein wo 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 nein 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 ja jetzt schon scheiße etwa so knapp mal wieder da kommt was zu uns gelaufen blau ja ich bin der Fensort der Euro der Schraube das Akku geklappt Akku geklappt hey ich will verunterfahren und team das sind und sie in richtigen macht mehr Angst es ist er oder geschlossen auch gut okay warum auch immer Das ist wieder so eine Aktion, die ich nicht verstehe Lies mir nicht runterfallen Nice Ich habe die Mütter Gut, okay, da kommt aber einer Blau ist da Okay, kommen wir jetzt Blau kommt wieder Warum waschen die die ganze Zeit? Ich verstehe es nicht Ich glaube, ich gehe die gleich mal ausschalten Weil das kotzt mich gerade so ein bisschen an Ja, und vor allem, wenn wir jetzt In uns gehen, dann kommen die auf jeden Fall grünes da Kriegst du den dauernd? Habe ich Und rot schießt auf mich Ich hätte Gold für dich Okay, ich glaube, das ist zu blau Boah, würde ich nicht zurückpacken, dann würde ich ja in Ordnung gehen Dann gönne du den mal blau Okay Erstmal eine bessere Spielzake von denen gegönnt Oh, grün kommt wieder oben Ich gehe mal Goldsafe Fuck Okay Ja, tu das Ja, holt mich so oder so Okay, was macht mich da eigentlich? Ich schieß mich an Okay, der eine hat mich anscheinend nicht gesehen Holst du die? Ja, dauert aber noch mal einen Moment Oh Gott Wir haben ja mit Christen uns weiter gebaut Müssen wir den Bogen machen, schnell Läuft Äh, der ist grün glaube ich zu uns kommen würde, oder? Ne, der ist im Spawn Oh, der ist im Bogen, das ist gut Sehr schön So, der Grüne hat einen Bogen, habe ich gehört Jo, der Grüne ist da auch in der Mitte Ja, ich komm Achso, ich könnte euch dir auch einen Bogen machen, ja, oder? Ja, gerne Das wäre eine Option So Ich weiß hätte ich auch genug Gold für mich selbst Ist egal, ich mach mir das mit Ich hab schon Ich hab schon Kommst sogar Hm, ganz frischen neuen Okay, hört sich gut an Jo, grün war so lange, so ein bisschen Aggressiv, ne? So, ich geh trotzdem mal ganz kurz einkaufen Ja, gönne, ne? Leute, ich hab' den roten Rad getroffen Äußerst nicht Das ist zwar grün, aber noch gut Ne, ich hab' zu offen geschossen Hab dann einmal so'n Flick nach rechts gemacht Hab den Typen getroffen Auch gut Grün kommt Ist da Jo, ich bin nicht da Gelb, ah auch, ja, was schreien wir denn? Rot-Bospern, aber Gelb, ah auch, ja Ich mein, ein Bogen ist im Schießen da, ne? Ja, richtig Und Bogen weiß ja nicht das Ich hab' nicht gespannen, sondern ich hab' zweimal mit einem aufgespannten Fall geschossen Ja, wirklich, ich versteh' das manchmal nicht Spalm ist, wenn ich vor einem steh' und den hier mache Ja Warte, jetzt muss ich kurz Genau Ja, mit dem Knockback-Stick geh' in den Nahe, kam fast schon recht So, ich versuche jetzt zu grün durchzulaufen Ja, soll ich selben, bitte? Dann machst du Ja, bitte Ich kann ja mich mit dem Bogen unterstützen Ich hab' Angst, dass die Rot mich jetzt runterschießen Ja, Rot piekt aber nicht Äh, die hat gerade ein Schwert, okay Läuft Ich schieß' ein bisschen aufbaut Ich hab' dir wollen sie was kaufen in die Gründen Ja, komm, geh weg jetzt hier Äh, okay Oh Gott Oh Gott Oh Gott, das wird scheiße knapp Brauchst du Hilfe? Ja, am besten ja Ja Der Rot-Ball ist eh zu defensiv Ich komm' Gerne Nein, du schießest mich nicht runter Oh, war das knapp Hat das Gött Nice Nein, Rot kommt zu uns Okay Oder nee, geh nur Mitte Oder? Nee, geh zu uns Ich weiß es nicht Okay Nee Grün geh zu uns Ja, ich hol' mir den Roten Nee, geh sie auch nicht Okay Der hatte gar nichts dabei Okay Okay Krieg ihn down Krieg ihn down Krieg ihn down Pass mal auf Rot mit auf Pass auf Rot auf Ja Du kannst laufen Aber sie ist bestimmt ein Lockbackstick Obwohl hier ist ein weiter Weg Ja Da bin Nice Nice Nicer Ich hab' überhaupt hier was in den Kisten draus Ganz viel Bronze Nee Kann ich mir nur hier 23 Silber hab' ich Oder Eisen Oder wie auch immer Hm Wir müssen mal die Runde jetzt ein bisschen beenden Würde ich jetzt mal vorschlagen Ich will die auch vorschlagen Soll' man da mal einkaufen gehen oder einfach Äh Nee, bei Goldsammeln und ich versuch' die derweil auch ein bisschen fertig zu machen insgesamt Goh, ich sag' mal ein bisschen was, wenn wir noch ein Eisenschwert So Und äh, ne Haku liegt auch noch ne Eisenhacken Ja, hab' ich schon Ja, hab' ich schon Und Haka hab' ich schon Du bist schwarberat Du bist schwarberat Du bist schwarberat Sonst du Stärke krank und Dings fehlen, ne? Achja Weiß ich mal nicht, warum mein Skype-App immer wieder zu normal geht, also Das hab' ich auch Ich glaub' ich glaub' das liegt daran, wenn du mit dem Handy angemeldet bist Auch was für den Kack Bist du das? In der Mitte? Ja Ja Nicht mal mit dem Handy angemeldet Äh, ja, aber ich benutze es gar nicht darauf Ja, ja, ich auch nicht Aber das wechselt dann trotzdem manchmal Okay Ich glaub' ich daran Äh, hinter dir Guck mal her Das und das Okay, hört sich gut an Okay, da kommt einer Wie wunderschön Einer kommt durch oder auch nicht Sehr schön Sollen wir dran, oder? Hm? Sollen wir drauf oder nicht? Ne, noch nicht Äh, warte noch einmal ein Gold spawnen Wir schießen an uns, ja, okay Und dann machen wir das Wow Okay Wir haben mittlerweile gelernt, wie man mit dem Bogen schießt Hey Wow Wow Das trifft der auch noch Jop Oh fuck, scheiße Ich bin fast down Jetzt hast du mir den Heiltrank gegeben Ihn müsst ihr uns ja noch neu machen können, wir haben noch genug also Ja, richtig So Das wär knapp Oh, hau das Herz Ja, versteck dich Was für Bogen haben die mittlerweile? Was für Bogen haben die mittlerweile? Ja Ja Hey, vor allem die waren aber gar nicht so oft bei uns so Ne Ey, dann müssen wir nicht jetzt Ne Die könnten da gar nicht so viel Gold haben Hm, alle nicht Oder war das wirklich irgendwo eine Base? Ne, ich glaub nicht, ne Ich hab zumindest gar nichts zu sehen Ah, okay Gut Also ich brauche mal die Enderperle Weil die haben da so eine Burg gebaut Ja, gib mal einen Moment Das wird verdammt schwierig Das wird verdammt schwierig Mhm So, zack Das nehmen wir einmal Dann natürlich mal das Willst du Deckung geben oder willst du rauf gehen? Äh, mir ist es egal Ja Ich hab sie gerade ziemlich geholt Ja Okay Äh, dann gibst du mir Deckung Mhm Und du darfst mir Glück wünschen Hab einen dann Oh oh Okay Ich geh mal auf den Ja Ja Du darfst nicht fokusern Ja Ja Okay Nice Ich hab nur noch anderthalb Herzen Zwei Herzen Okay Läuft, lauft, 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 lauft Jetzt äh, ach so ich mach, mach, mach Oh, da mach du, mach du, mach du Mach du, mach du Ne, ich hab Stärke dran drauf Okay, einer hat mich schon verlassen Gut Die haben mit Kisten eingebaut Ja, mach einfach Die haben genug Zeit Alles klar Alles klar Ich bin schon bei der Tür. Das ist kaputt. Danke. Hi. Das hat sowieso keine Chance, jetzt bleibt doch geschieht hier. Danke. Passt doch. 15 Minuten, okay. Na gut, die vielleicht müssen runter. War auf jeden Fall ganz schön. Haben wir dominiert und erfolgreich gewonnen. Richtig. So will ich es auch haben. Ist mal ein bisschen schneller und dann läuft es auch. Genau. Wenn ihr mehr Badge Wars Folgen sehen wollt, oder vielleicht noch was mit mir, schaut mal beim Chris vorbei. Und der Chris hat die Schlussworte. Äh. Äh. Ich heiße nicht mehr Chris Ritchfield, sondern Bye Chris. Hilft das? Ja, das hilft. Ja. 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 Ja.